Ich kann Fungo-Pei-Schiffen, es ist wirklich nicht so. Ich kann nicht mehr machen, ich kann nicht mehr machen. Das ist das. Eins. Die Grünen ist gut für... ... und das ist Zucker. Und das ist Zucker. Dung-Bäck. Fung-You-Ting. Ich bin Dung-Bäck. Ich bin der Mauer. Und, wie ist es? Wir sparen die Haltung. Nächsten Leben kannst du mal einen hübschen Mann suchen. Das ist so. Das ist so, weil wir uns die Hälfte unseres Lebens nie gesehen haben. ... und dann einfach los. 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 Was denkt ihr, wenn so chinesische Sachen... Was könnt ihr euch vorstellen? Wir denken erstmal an Tee. Schnitzensachen oder Porzellan-Geschichten. Und natürlich Tee. Und Tee. Ein schöneres Tee. Ein schöneres Tee. Die erste jungen Haufen ist... ...Dung-Bäck-Huamienau. Was soll man sagen? Dung-Bäck ... Dung-Bäck-Huamienau. Hau mi nao. Hau mi nao. Dung-Bäck-Huamienau. Und es ist Dauern-Jagge ja? Ja, habe ich mir gleich gedacht. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Die ist wirklich für mich. Ja, die ist für dich? Für einen Mann? Rot für einen Mann, ja. Fast schon mal, merke ich immer gleich. Was denn? Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Vater, zieh mal den Bauch ein. Ja, bitte schon. Ich finde das jetzt nicht witzig. Ich habe nur meinen großen Körper. Aber das muss er jetzt... Muss er das jetzt anlassen? Ja. Mir gefällt das. Mir gefällt das. Ist es warm? Merke ich jetzt schon. Wirdst du so auf die Straße hier gehen? Nicht unbedingt. Sprich mal nach. Woh, shi. Woh, shi. Dongbei. Dongbei. Laoyermal. Laoyermal. Nimmst du, er穿 das wie so? Manfred, sieben. Nimmst du den Tag 5? Das ist nicht allein, ne? Dieser Kopf, genial. Jetzt hast du nur gedacht, Vater hat sowas, ja? Nein. Wer zuletzt lacht, ne? Ist es in China voll in? Tragen junge Mädels, ältere Mädels. Zum Faschen? Los? Aber ich gehe nicht auf die Straße. Nein. Oh mein Gott. Nö. Ich habe gesagt, wir waren in unserer Freundin in unserer Freundin, und sie haben eine Sache. Er hat das gepackt. Na hallo. Ich bin ein Eskimo. Wie fühlst du dich? Warm. Aber es ist echt warm, ne? Kuschelig. Wirdst du es zum Schlafen anziehen? Keine Bettdecke mehr. Nur wenn ich keine Bettdecke mehr habe. Und wie ist es? Kuschelig. Wir sparen die Heizung. Oh, man kann schägen. Das nächste finde ich eine supergeile Erfindung. Zhongguode. Hualu Xue. Was denkt ihr, was das ist? Könnte ein Tischwort sein. Nein. Ist ein Haarspray. Ne. Ja, aber nicht ins Gesicht spreche. Ne. Kennt jeder Chinese. Und das musst du im Sommer nutzen in China. Mückenspray. Hä? Mitten. Ja, zahra. Mückenspray. Machen wir dran. Das riecht zitronig, gell? Dankeschön. Das ist wichtig. Das ist wichtig, ne? Das ist sehr wichtig. Und kein Schäger. Zuerst, ich finde es sehr奇怪, dass ich meine Eltern mit einem Film anrufen kann. Das ist ein Schäger. Natürlich, wenn du aus China herst. Du kannst mich vorstellen, was da drin ist. Tee. Und hier bin ich Tee. Und Tee. Das ist so großartig. Oh, das ist ein Glöpfschi. Puppe. Wir nennen das Manghe. Mang. Manghe. Wie ein Überraschungsei. Ja. Genau. Tee. Gege. Shii. Wo. Ba. Wo. Mama. Yuge. Yuge. Xing. Zuo. Was bist du von Sternzeichen? Fisch? Ich bin Jungfrau. Mal schauen, was du hast. Oh, das ist ein Löwe. Ich bin ein Löwe. Was ist ein Löwen? Oh, der Löwe ist voll cool. Nein, das ist noch cooler. Und das ist ein Geschenk natürlich. Das könnt ihr euch dort hinstellen, wo ihr wollt. Dankeschön. Das ist ein Löwe. Ich bin ein Löwe. Ich bin ein Löwe. Ich bin ein Löwe. Wo ist sie denn? Na, weil wir, hallo? Okay, und deswegen? Das ist Chunwan-Zhi-You, oder? Wenn man Chunwan kann, dann kann man den Chunwan-Zhi-You machen. Ey, ich weiß nicht, ich habe einen Fuhren. Wunderschön. Was ist das? Keine Ahnung. Vielen Dank nochmal. Und Duilen. Das siehst du an jeder chinesischen Tür. Machen wir das jedes Jahr auf das Neue. Einen auf die Seite, einen auf die Seite, einen oben. Okay, ach so. Jetzt ist das Mitten. Das Zimmermitte. Daher wird ein Spring Festival. Weil ich habe noch 60 Jahre alt. Das ist jetzt 60 Jahre alt. Ich habe mir noch eine kleine Schweine benutzt. Das ist bei den Kinn. Das ist heiß, wenn man über die Hau schmerzt. Natürlich, ich habe auch eine Fung. Seife. Seife. Was ist das, was auf dem Tisch liegt? Mach mal eins auf. Das sind Wärmflastik. Für das Gesicht zum Masken. Nein, Quatsch! Das Wärmflastik. Das sind Wärmflastik. Öle drin, chinesische Wurzeln und so. Wenn du es auf deine Hüften klebst für zwei, drei Stunden, entlastet das und die Hüften werden warm und das ist gut für die Hüften. Und das. Ich habe das immer genommen, als ich in China an der Universität studiert habe und bin ein bisschen müde gewesen. Jetzt auf die Schläfe rechts und links und dann bist du wieder gut drauf. Oder wenn dich eine Mücke gestochen hat, machst du das auch drauf. Wie riecht das? Das kann man gar nicht sagen, nach was das riecht, aber es geht ein bisschen in die Birne. Jetzt fängt es an die Birne ab. Sechs mal eine frühe oder spätgeschichte, bist du ein bisschen müde? Ich bin nicht müde. Das gibt's auch. Wir sind jetzt schon an die Hüften, die ich am besten wünsche, die ihr in den Köln. Ihr müsst euch die Lade geben. Die Züchen-Tang, die Züchen-Tang. Die Züchen-Tang. Riecht ein bisschen wie unser Mackie. Kann ich mal lecken? Schön, dass wir uns mal getroffen haben im Leben. Ich weiß wie. Das ist Lakritze. Oh! Stimmt! Okay, na dann versucht mal den. Das schmeckt okay. Aber jetzt schmeckt es wie ein Pilz. Jetzt schmeckt es wie ein Pilz? Aber nicht schlecht. Ich bring hier alles. Schmeckt es wie Lakritze noch? Nee. Nee, nicht mehr. Aber es ist nicht schlecht, ne? Absolut. Züchen-Tang. Das ist doch was für mein Vater. Weil es süß ist. Ja. Die haben verschiedene Geschmäcker drin. Das ist zum Beispiel schwarzer Sesam. Sesam. Schmeckt. Genial. Alles schmeckt gut. Ja. Du hast gerade dieses Sesam-Geschmack. Was sagst du, wie schmeckt es hier? Es schmeckt wirklich gut. Ich habe viel Zucker. Wunderbar. Erstaunlich, dass man in so eine kleine Peile so viel Geschmack reinbringt. Die nächste ist, dass meine Freunde von mir das geben. Und sie sagen, das muss man dem Vater geben. Das müssen wir jetzt nicht aufhören. Das müssen wir ihnen geben. Das können wir später machen. Und ich mag eher das. Das ist zu süß. Und das ist grüner Tee. Das ist zu süß. Grüner? Danke. Grüner Tee ist gut für... Für alles sehen. Für alle. Für die Bohren. Und das ist Zucker. Und das ist gut für mich. Ich probiere noch mal. Eins. Jetzt ist das. Eins. Jetzt ist das Lungdau-Latau. Die Deutschen denken, dass es Hei-Hu-Jau ist. Also wenn sie wirklich Lachs essen, dann schmeckt es. Oh, du trinkst Tee. Das schmeckt ja irgendwie. Okay, mein Vater ist ein Lohan-Guo. Ladeau. Ich will das auch mal kurz. Das Ladeau ist nicht Lade. Ja, das ist scharf. Das Ladeau ist wirklich nicht Lade. Es ist scharf. Aber noch einen Schluck D. Es ist scharf. Das schmeckt sehr braun. Was hast du denn gegessen? Ja, aber es ist scharf. Hat das sehr viele Kalorien? Nein. Scharf? Ja. Nein. Nicht scharf? Wie schmeckt es dir? Schmeckt gut? Lecker. Lecker, ne? Also mein Favorit ist ein Gigi-Ginger. Dein Favorit ist Sussing. Ich glaube, wir haben alle die Nachrichten. Wir haben alle die Nachrichten. Und jetzt werden Sie nicht in der Nachrichten. Sie sagen, warum nicht das? Warum nicht das? Sorry, ich habe nur ein Gigi-Ginger. Okay, als nächstes. Von allen Sachen, die wir jetzt hier hatten. Denk mal zurück. Was fandet ihr am coolsten? Alles was für ihren Körper ist, ist natürlich nicht gut. Und Gigi-Ginger sind natürlich der Wunsch. Und was ganz nicht gut ist, ist ein Gigi-Ginger. Weil wir haben immer viele Mütter. Wir müssen noch eins versuchen. Genial. Oh, das war's für heute. Wenn ihr euch gefallen hat, dann wir dir gerne. Wir machen uns mal einen Gästen. Wenn ihr euch gefallen hat, dann ein bisschen zu dem. Es ist nicht einfach so aufsiegen. Sie können nicht zufrieden. Sie können nicht zufrieden. Sie können so aufsiegen. Sie können nicht zufrieden. Sorry. Wir haben euch wieder. Wir sehen uns auf die nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Achtung.